Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr euer iPhone oder iPad wiederherstellt, wie ihr ein Backup richtig erstellt und welche Möglichkeiten es für all das gibt. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euer Gerät optimal einrichtet, was ihr dabei beachten solltet, welche Tipps ich dafür euch habe und das lässt sich nicht nur auf ein neu gekauftes oder auf ein neu wiederhergestelltes Gerät anwenden, sondern auch auf die Geräte, so wie ihr sie gerade benutzt. Falls ihr ein Gerät neu gekauft oder wiederhergestellt habt, dann müsst ihr mal durch dieses Setup hier durch. Ihr könnt dieses neue Gerät oder wiederhergestellte Gerät durch ein anderes konfigurieren lassen. Falls ihr ein anderes Gerät habt, dann überträgt dieses alte unter Anführungszeichen oder das andere seine Einstellungen auf das neue. Ihr könnt das Ganze aber auch manuell konfigurieren und eben manuell durch dieses Setup durchgehen. Ich empfehle natürlich hier Face ID oder Touch ID zu benutzen und natürlich auch einen Code einzustellen. Und anschließend kommt die große Frage sozusagen, wollt ihr das jetzt aus einem iCloud-Backup oder aus einem Computer-Backup wiederherstellen oder wollt ihr das als neues Gerät konfigurieren? Für die Wiederherstellung aus einem Backup müsst ihr dann nur den Anweisungen hier folgen. Ich werde das jetzt aber mal als neues Gerät einrichten und gehe da jetzt mal ganz schnell durch diese einzelnen Punkte hier durch. Ihr müsst dann hier mal die Nutzungsbedienung akzeptieren und dann kurz warten. Und dann werdet ihr gefragt, ob ihr hier diese bestimmten Dinge einschalten wollt oder nicht, ob ihr sie benutzen wollt oder nicht. Das müsst ihr natürlich ganz für euch selber entscheiden. Ich zeige es euch jetzt hier nochmal so im Schnelldurchlauf. Und wenn das erledigt ist, kommt dann auch noch die Frage, welches Erscheinungsbild ihr wählen wollt. Das ist ja jetzt neu unter iOS 13 bzw. iPadOS. Und dann werdet ihr noch ganz kurz in die Grundfunktionen eingeführt und seid auch schon hier fertig und beim Homescreen. Das, was ich meistens als erstes gerne mache, ist einen Blick in iCloud werfen. Da geht ihr in den Einstellungen oben zu diesem Bereich und dann zu iCloud. Und da werden jetzt all die Dinge synchronisiert, die eben in iCloud gespeichert sind. Da empfiehlt es sich, bevor ihr ein neues Gerät kauft bzw. eben auf ein neues Gerät umsteigt oder eine Wiederherstellung ausführt, dass ihr diese Dinge hier in iCloud nutzt. Es gibt da einige Dinge, die nicht viel Speicherplatz verbrauchen. Das heißt, auch mit diesen 5 GB gratis Speicher, die da einem zur Verfügung stehen, kann man da einige Dinge sichern. Und die werden dann immer automatisch auf ein neues oder wiederhergestelltes Gerät geladen. Bei den Fotos habt ihr hier die Möglichkeit festzulegen, dass die Originale der Fotos, also die Fotos in voller Auflösung gespeichert werden. Denn standardmäßig ist die speicheroptimierte Variante hier ausgewählt. Das heißt, sofern ihr genügend lokalen Speicher auf dem Gerät frei habt und ihn dafür nutzen wollt, könnt ihr das hier einstellen. Und wir sehen dann eben, wie im Hintergrund schon all diese Dinge aus iCloud geladen werden. Zum Beispiel Fotos oder Lesezeichen, Erinnerungen, Notizen, Kontakte und so weiter. Als nächstes werfe ich dann immer gerne einen Blick auf die Widgets. Die sind nämlich standardmäßig irgendwie von Apple eingestellt und die kann man mal einfach selber konfigurieren. Sofern man natürlich das hier auch nutzen möchte. Ihr geht hier ganz unten auf Bearbeiten, habt dann die Möglichkeit Widgets zu entfernen bzw. neue hinzuzufügen. Mit der Zeit kommen durch Drittanbieter-Apps auch hier neue Widgets hinzu. In den Einstellungen wird sich jetzt sehr vieles abspielen. Und da würde ich jedem mal empfehlen, einfach durch die Einstellungen durchzugehen und sich zu überlegen, was man hier vielleicht verändern möchte. Und ich werde euch jetzt hier einfach mal nur so ein paar Tipps geben. Zum Beispiel bei Nichtstören ist das Ganze standardmäßig immer auf den gesperrten Zustand beschränkt. Wenn ihr auch wollt, dass ihr nicht gestört werdet, während ihr das Gerät benutzt, dann müsst ihr das hier auf Immer einstellen. Ein wichtiger Bereich sind für mich die Einstellungen bezüglich Kontrollzentrum. Denn vieles ist hier gar nicht vorhanden, da könnte man noch einiges hinzufügen. Standardmäßig sind hier nur diese vier Dinge ausgewählt, aber es gibt noch viele weitere Funktionen hier oder Buttons, die man hinzufügen kann. Das mache ich jetzt mal schnell und wir sehen, da ist jetzt einiges hinzugekommen. Man kann also einfach mal einen Blick drauf werfen und sich überlegen, ob es da praktische Dinge für einen gibt. Bei Anzeige und Helligkeit ist Nightshift standardmäßig ausgeschaltet. Das ist eine Funktion, die vielleicht manche auch gerne benutzen. Manche empfinden es vielleicht auch als unangenehm, wenn das Display dann so besonders warm oder mit so einem starken Gelbstich eingestellt wird. Aber man kann das dann hier mal festlegen. Ich zeige es euch nur, weil es standardmäßig eben ausgeschaltet ist. Und wenn man will, kann man es dann eben benutzen. In den Bedienungshilfen unter Anzeige und Textgröße habt ihr ganz unten die Autohelligkeit. Standardmäßig ist sie eingeschaltet. Ich habe sie jetzt schon von Beginn an ausgeschaltet gehabt. Aber wenn ihr das nicht nutzen wollt, könnt ihr es eben ausschalten. Es kann natürlich von Vorteil sein bezüglich Akkulaufzeit, dass sich dann die Helligkeit laufend an die Umgebungshelligkeit anpasst. Aber ich will euch nur darauf hinweisen, dass es diese Option hier gibt. Bei Face ID bzw. Touch ID habt ihr hier oben Funktionen, wofür dann eben Face oder Touch ID benutzt wird. Ich empfinde diese Funktionen als praktisch. Es kann mal vorkommen, dass die ausgeschaltet sind. Deswegen zeige ich es euch hier einfach mal. Und es gibt auch diese Aufmerksamkeitsprüfung für Face ID. Das heißt, Face ID funktioniert dann nur, wenn ihr mit geöffneten Augen auf das iPad schaut. Wenn ihr das nicht haben wollt, wenn ihr wollt, dass es sich auch entsperrt, während ihr nicht drauf schaut oder wenn die Augen geschlossen sind oder wenn ihr Probleme mit Sonnenbrillen habt, dann könnt ihr das mal ausschalten und euch überlegen, ob es euch so besser gefällt. Aber natürlich verringert sich die Sicherheit dadurch. Im Bereich Batterie könnt ihr festlegen, ob die Batterieladung in Prozent angezeigt werden soll, falls das ausgeschaltet ist. Falls das bei euch nicht der Fall ist, dann könnt ihr mal daran denken, das hier einzuschalten. Unter dem Punkt Datenschutz habt ihr die Ortungsdienste. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr mich fragt, müsste hier die Ortungsdienste nicht komplett abdrehen? Ihr könnt das für jede App oder für jeden Systemdienst individuell festlegen. Das heißt, ich würde mal durch diese Liste schauen und mir überlegen, ob für jede App auch das eingestellt ist, wie ich das eben gerne hätte. Bei den Systemdiensten ist standardmäßig alles eingeschaltet. Und da empfehle ich eigentlich jedem einmal einen Blick reinzuwerfen, denn viele Dinge braucht man hier gar nicht. Und je weniger oft man geortet wird, desto besser wirkt sich das natürlich auf die Akkulaufzeit aus. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, wo ich ganz genau erkläre, was diese einzelnen Punkte hier bedeuten. Deswegen gehe ich jetzt nicht so genau darauf ein. Ich verweise euch also an dieser Stelle an dieses Video. Ihr findet es in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Es gibt hier neu den Punkt Systemanpassung, der unter iOS 13 bzw. iPadOS hinzugekommen ist. Das ist zum Beispiel dafür da, wenn ihr automatisch zwischen hellem und dunklem Erscheinungsbild wechseln wollt durch Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Dann wird der Ort dafür benötigt. Ortsabhängige Vorschläge sind so intelligente Vorschläge, die gemacht werden anhand eures Standortes. Wenn ihr das nicht braucht, wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr das auch abdrehen. Ortsabhängige Hinweise sind zum Beispiel ortsbasierte Erinnerungen. Wenn ihr das auch nicht braucht, dann könnt ihr es ebenfalls abdrehen. Mein iPad Suchen und Notruf SOS sind so die zwei Funktionen hier, wo ich persönlich empfehle, dass man sie einschaltet. Denn wenn man das Gerät verliert, kann man es orten und im Notfall kann dann der Standort auch hier ermittelt werden. Das heißt, überlegt euch gerade hier, welche Funktionen ihr braucht, welche ihr gerne benutzen wollt und welche ihr gar nicht braucht und somit abschalten könnt. Ihr findet in den Einstellungen immer wieder so Bereiche, wo ihr bezüglich mobile Daten etwas einstellen könnt. Ob mobile Daten für dies und das benutzt werden dürfen. Das hängt natürlich ganz von eurem verfügbaren monatlichen Datenvolumen ab und dementsprechend würde ich das dann hier auch einstellen. Für die Fotos App sind mobile Daten standardmäßig eingeschaltet. Ich finde, das ist ein wertvoller Tipp, denn wer jetzt nicht so viel Datenvolumen im Monat zur Verfügung hat, möchte das vielleicht abdrehen. Das ist zwar begrenzt, für unbegrenzte Updates muss man das darunter noch einschalten, aber ich habe es jetzt mal getestet. 10 Fotos, die über LTE hochgeladen wurden, haben 12 MB verbraucht. Das heißt, überlegt euch, wenn ihr genug Datenvolumen zur Verfügung habt, dann könnt ihr das nutzen, dann ist das natürlich praktisch. Wenn nicht, dann solltet ihr das abdrehen. Unter Passwörter und Accounts könnt ihr einen Mail-Account hinzufügen und anschließend einrichten. Weiter darunter habt ihr die Mail-Einstellungen. Und was ich da gerne immer als erstes entferne bzw. verändere, ist die Signatur hier unten, dieses von meinem iPhone oder iPad gesendet, kann man hier dann entfernen. In den Kalendereinstellungen gibt es die Standard-Hinweise und standardmäßig ist hier alles ausgeschaltet. Ihr könnt hier zum Beispiel für Geburtstage festlegen, dass standardmäßig immer bei einem Geburtstag an diesem Tag um 9 Uhr eine Erinnerung kommt. Es geht um die Geburtstage, die ihr bei euren Kontakten hinterlegt habt. Das gleiche gibt es auch für allgemeine Ereignisse und ganztägige Ereignisse und da könnt ihr dann eben festlegen, ob ihr dafür auch Standard-Hinweise haben wollt. In den Nachrichteneinstellungen habt ihr hier die SMS-Weiterleitung. Das heißt, falls ihr andere Apple-Geräte habt, dann können die SMS, die ihr auf euer iPhone bekommt, an andere Geräte weitergeleitet werden. Falls das bei euch nicht funktioniert, schaut einfach mal, ob das hier eingeschaltet ist. Wenn nicht, schaltet es mal aus und wieder ein. Bei Nachrichten behalten könnt ihr festlegen, wie lange Nachrichten in der Nachrichten-App behalten werden sollen. Wenn ihr etwas Speicherplatz sparen wollt, dann könnt ihr das auf 30 Tage limitieren. Das heißt, alle älteren Nachrichten werden dann immer gelöscht. In den Telefoneinstellungen gibt es etwas ähnliches wie die SMS-Weiterleitung, nämlich dass ganz normale Telefonanrufe an andere Geräte weitergeleitet werden. Wenn ihr das nutzen wollt, könnt ihr das hier einstellen, beziehungsweise wenn es nicht funktioniert, schaut einfach mal, ob das überhaupt aktiviert ist. In den Einstellungen von Health empfehle ich einfach mal, den Notfallpass einzurichten. Ich finde, es kann nicht schaden, wenn man das macht und vielleicht ist es ja auch mal hilfreich. Im Bereich mobiles Netz habt ihr den Punkt Datenoptionen und der ist, wenn ich mich nicht irre standardmäßig ausgeschaltet und wenn ihr nicht viel mobile Daten im Monat zur Verfügung habt, wenn ihr da einfach sparsamer damit umgehen wollt, dann könnte dieser Datensparmodus dabei vielleicht helfen. Auf der vorherigen Seite könnt ihr ganz unten individuell für jede App festlegen, ob sie mobile Daten benutzen darf oder nicht. Das heißt, falls ihr daran interessiert seid, dass bestimmte Apps die mobilen Daten nicht benutzen sollen, dann könnt ihr da mal einen Blick darauf werfen. Im Bereich Batterie, beziehungsweise Batteriezustand, habt ihr die Funktion Optimiertes Laden der Batterie, die unter iOS 13 neu hinzugekommen ist. Ich persönlich empfehle das einzuschalten, falls das noch nicht der Fall ist. Das iPhone kann dabei euer Ladeverhalten lernen und falls möglich dann dafür sorgen, dass die Batterie beim Laden geschont wird, beziehungsweise so vorgegangen wird, dass letztendlich für eine längere Akkulebensdauer gesorgt wird, nämlich was die Kapazität des Akkus angeht. Im Bereich Allgemein habt ihr den Punkt Hintergrundaktualisierung und da könnt ihr euch mal überlegen, welche Apps sich nicht im Hintergrund aktualisieren sollen, beziehungsweise ihre Inhalte aktualisieren sollen. Da gibt es vielleicht Apps, die ihr nicht so oft benutzt, da könnt ihr das ruhig abdrehen, das kann dann auch gut für die Akkulaufzeit sein. Ihr könnt natürlich das Ganze auch komplett abdrehen, wenn ihr das gar nicht nutzen wollt, aber ich empfehle zumindest mal durch diese Liste durchzuschauen und sich zu überlegen, bei welchen Apps man das gar nicht braucht. In den Tastatureinstellungen unter Tastaturen, beziehungsweise Deutsch, habt ihr hier standardmäßig immer diese oberste Option hier ausgewählt. Das bedeutet, dass auf eurer Tastatur die Umlaute angezeigt werden, also Ö, Ä und Ü. Wenn ihr das nicht haben wollt, könnt ihr das auch deaktivieren, beziehungsweise entfernen. Auf dem iPad, finde ich, stört das jetzt nicht so sehr, ich zeige es euch aber trotzdem mal. Ihr geht hier einfach auf Quers und dann verschwindet das auch schon. Auf dem iPhone sehe ich das ein bisschen anders. Da könnte es natürlich sein, dass das manche Leute stört, dass das hier angezeigt wird, denn wenn man hier auf Quers umschaltet und die Umlaute entfernt, dann werden die Tasten ein bisschen größer, man hat ein bisschen mehr Platz beim Tippen und vielleicht gefällt das ja dem ein oder anderen. Natürlich würde ich mir auch einfach mal die Standard-iOS-Apps vornehmen und mir überlegen, ob ich hier gewisse Apps entfernen möchte, die ich einfach gar nicht brauche. Wenn ihr Apps, die ihr mal geladen oder gekauft habt, auf euer Gerät zurückholen wollt, geht ihr in diesen Bereich hier im App Store und geht dann hier auf Käufe und dann bekommt ihr eine Liste all der Apps angezeigt, die ihr mal gekauft oder geladen habt. Da könnt ihr einfach auf diese Buttons hier auf der Seite drauf tippen und auf die Art und Weise sehr schnell die Apps wieder laden. Ihr könnt auch über die Suche sehr schnell bestimmte Apps finden und so dann einfach gezielt die Apps installieren, die ihr installieren wollt. Oder ihr schaut einfach durch die Liste durch und überlegt euch, was ihr da wieder eben zurückholen wollt auf euer Gerät. Wenn ihr so einen Backup wiederherstellt, dann werden diese ganzen Apps sowieso automatisch wieder installiert, die ihr davor auf eurem Gerät hattet. Das gilt jetzt natürlich nur für den Fall, wenn ihr das Ganze wieder manuell zurückholen müsst. Falls ihr eine Apple Watch habt, dann müsst ihr die ja vor einem Umstieg auf ein neues iPhone oder vor der Wiederherstellung eines iPhones entkoppeln und hier wieder neu koppeln. Was ich hier sehr gerne mache, ist, dass ich direkt über die Apple Watch App auf dem iPhone die ganzen Zifferblätter hinzufüge und anschließend konfiguriere. Das kann man natürlich alles auch direkt über die Apple Watch machen, aber gerade am Anfang, wo ich vielleicht sehr vieles hinzufüge und einstelle, ist mir das am iPhone einfach angenehmer. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich, ich konnte manche von euch auch etwas Neues zeigen, einen wertvollen Tipp mitgeben und vielleicht dem einen oder anderen hier auch bei der Einrichtung helfen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare und ich antworte euch wie immer gerne drauf. Und wenn ihr an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, mich aber noch nicht abonniert habt, dann klickt auf Abonnieren. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf Facebook, Instagram und Twitter folgen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.